Nächster Halt. Ubiaring. Ausstieg links. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 133 und 142. Diese Fahrt endet dort. Wir möchten Sie bitten auszusteigen. Vielen Dank. Nächster Halt. Knutwigplatz. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 16, 17, 106, 132, 133 und 142. Nächster Halt. Ullapforte. Nächster Halt. Eifelstraße. Umsteigemöglichkeit zur Linie 12. Nächster Halt. Barbarossaplatz. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 16, 18 und 978. Bitte denken Sie daran, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Nächster Halt. Zühlpücherplatz. Umsteigemöglichkeit zur Linie 9. Nächster Halt. Rudolfplatz. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 17, 136 und 146. Bitte denken Sie daran, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Nächster Halt. Friesenplatz. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 3, 4 und 5. Bitte denken Sie daran, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Nächster Halt. Christophstraße. Mediapark. Nächster Halt. Hansaring. Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr. Zur S-Bahn und zur Linie 127. Nächster Halt. Ebertplatz. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 16, 18 und 146. Nächster Halt. Bitte denken Sie daran, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Nächster Halt. Lose Straße. Nächster Halt. Flora Straße. Umsteigemöglichkeit zur Linie 147. Nächster Halt. Nächster Halt. Neusser Straße. Nächster Halt. Neusser Straße. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 13, 121, 140 und 147. Nächster Halt. Wilhelm-Solmann-Straße. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 12 und 122. Nächster Halt. Nächster Halt. Altonaer Platz. Nächster Halt. Hervor der Straße. Nächster Halt. Mehrfeldstraße. Nächster Halt. Nächster Halt. Lonericher Straße. Sehr geehrte Fahrgäste. Dieser Zug endet nach der Halterstelle Lonericher Straße am Lonericher Friedhof. Falls Sie in Richtung Chorweiler weiterfahren möchten, können Sie an der Halterstelle Lonericher Straße umsteigen. Ihre KVB. Nächster Halt. Lonericher Straße. Nächster Halt. Lonericher Straße. Nächster Halt. Lonericher Straße. Friedhof. Diese Fahrt endet dort. Wir möchten Sie bitten auszusteigen. Vielen Dank. Bitte beachten Sie den Höhenunterschied zum Bahnsteig.